Hallöchen, herzlich willkommen zurück bei Black Mesa. Ja, ja, ist der Mail-Server. Das ist das einzige Problem, das wir jetzt hier haben. Wir gehen einfach mal weiter. Und holen wir uns vielleicht... Holen wir uns ein bisschen was? Geht das? Ja, es geht. Hervorragend. Hier, Kollegen. Ich glaub, die wollen nicht. Na gut, von mir aus. Ich dachte, wir können uns vielleicht einsaufen. Fördert doch auch ein bisschen hier die... Die Gemeinschaft hier im Büro. Aber na gut, bin nicht voll. Bitte sehr. So, Vorsicht, Leute. Seid vorsichtig. Yep, da war aber, glaub ich, noch einer. Yep, yep. Hey, nicht schlecht. Nicht schlecht. Ach was, echt? Ach so, ich bin aber voll. Ich bin geheilt. Ansonsten kann ich die irgendwie... Kann ich die antrinken. Kann ich die aufnehmen? Das ist natürlich praktisch. Der wird dir auch nicht mehr helfen. Er ist tot. Der technische Support ist tot. Sieh's ein. Ah, ja, 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 ja. Hier ist das Treppenhaus. Wo's dann weiter ballerballer wurde, glaube ich. Werden wir sehen. Werden wir sehen. Und da waren wir, glaube ich, schon. Ich weiß gar nicht, wie ich drauf komm. Hä? Ja, 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 ja. Da hat er auch hier schon gewütet. Komm ich hier durch? Ich bin zu fett. Mist. Na gut, von mir aus. Hi. Ähm. Hey, look up there. Ja. Oh. Oh. Ich wollte sie ja noch warten. Ach, schön. Na ja, ist okay. Macht mal euer Ding. Hallo, Kollege. Hast du auch nichts mitbekommen, ne? Hm. Ja, ja, hm. Ich auch. Durchaus. Ach, schön. Nee, noch nie. In der Tat. Ist hier irgendwas dahinter? Was versteckt ihr da von mir? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Na gut, dann hat er jetzt, hat er jetzt genug hier, ne? Ich glaube, der hat den kaputt gemacht. Na ja. Immerhin. Immerhin. So, jetzt einmal vorsichtig sein. Ja, 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 ja. Vorsicht, Vorsicht. Ich sag Vorsicht. Ich hab's ihm gesagt. Ich hab's ihm gesagt. Er wollte nicht hören. So, wie wär's denn vielleicht mit Ihmchen hier? Ich weiß nicht, ob das einen Treffer gibt. Hä? Ach so. Ah, das geht dann hoch. Ah. Verstehe, verstehe. Das ist neu. Das hab ich so noch nicht gesehen. Ich probier mal eben was. Wenn der Ochis sowas sagt, dann wird's schlimm. Na? Geh hoch. Ich bin nicht da. Ich bin gar nicht da. Yep. Und jetzt. Oh, yeah. Sehr schön. Ha, 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 ha. Ich sollte nicht zu laut lachen. Nee, wirklich nicht. Nee, wirklich nicht. So, die hier, die haben's hinter sich, ne? Dank dieses Kollegen. Gut. Mw, ha, 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 ha. Ein kleines bisschen freut's mich schon. Hat zur Abwechslung mal was geklappt. Mw, ha, ha, ha. Wo seid ihr, lieben? Ihr kleinen Racker. Hier nicht. Hier nicht. Hier erst recht nicht. Das wusste ich natürlich schon. Ich probier's trotzdem. Gut. Ach, weißt du was? Gleich mal hier altbewährte Methoden, oder? Hush, hush, hush. Sehr gut. So, lass mich raten. Hier ist zu. Das macht aber nichts. Weil du mach einfach mal so. Äh. Äh. So, so. So. Was? Ich kann mich nicht ducken. Echt nicht? Ach, ich glaub, ich duck mich schon. Ja. Ich glaub, ich duck mich schon. Schade. Komm ich da nicht rein. Na gut. Wird dann wahrscheinlich sowieso nix drin sein. Nichts. Hm. Ja. Vorhin schon in der Breite zu fett. Jetzt auch noch in der Höhe. Ja, vielen Dank. Menno. Kühlhaus jetzt schon? Echt? Jetzt schon? Ach doch. Ach so. Dieses. Ah, ich weiß, was ihr meint. Ich weiß, was ihr meint. Oder? Nicht dieses Kühlhaus, wo man da so drüber klettern muss. Über die, über die, über die Kanäle. Ah, Kollegen. Oh, 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 oh. Oh, Leute. Oh, Leute. Oh, 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 oh. Ich muss nachladen. Oh, 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 oh. Kein Problem. Ah, yeah. Das war auf jeden Fall noch nicht. Das war noch nicht. Ich bin mir aber auch nicht sicher, ob es jetzt kommt oder wann überhaupt. Gut, nee, hier, da, da nicht. Das haben wir schon gelernt. Da nicht. Da nicht gegenhauen. Mal eben was ausprobieren. Kann ich das hier eigentlich werfen? Ich glaube, das habe ich schon mal festgestellt, dass ich das zwar so halbwegs kann, aber es passiert nichts. Nein. Ah, aber ich kann das doch bestimmt anschießen, oder? Ich muss es mal eben ausprobieren. Was? Ist es weg? Ach, da ist es. Okay. Ist weggerollt. Geht das? Ja, das geht. Ja, es geht. Ich hatte jetzt allerdings sowieso vor, neu zu laden. Von daher. Mal ein kleines Experiment. Gut. Man muss es ja einmal ausprobiert haben, sonst weiß man nicht, was man so zur Verfügung hat, ne? First Aid. Ja, gute Idee. Für die Gegner. Muhahaha. Die werden das brauchen. Ich bin wieder zu angeberisch. Das wird sich ganz, ganz schnell rächen. Ganz schnell. Hi. Äh, okay. Äh, okay. Und jetzt? Was nutzt es? Hä? Ist einfach nur so ein kleines Gimmick? Nein, nicht, nein, nicht das. Nicht das. Ich wollte doch an die Tür, aber habe ich schon probiert. Nutzt nichts. Okay. Also entweder ich übersehe gerade irgendwas hart, oder... Keine Ahnung. Wenn dem so ist, dann schreit. Schreit laut. Oh, was haben wir hier so? Use caution on stairs. Mhm. Also so macht man es nicht. Merken wir uns mal. Was ist das denn? Your goggles. Oh, where? Your eyes. Ja, die haben wir schon gefunden. Was? Ich höre, Truppen kommen in, um uns zu retten. Nein. Nicht wirklich. Aber glaubt das ruhig weiter. Ist okay. Glaube ist wichtig. In solchen Situationen. I'm ready. Ja. Dann hau rein, Junge. So, hier ging es... Ich glaube, hier geht es weiter, oder? Und was ist dann hier? Aha. Oh, 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 oh. Geh weg. Mach Platz. Äh, Junge. Hast du eine Knarre? Hast du eine Knarre am Start? Gleich. Eventuell. Eventuell. Ja, sehr gut. Ein bisschen spät, aber immerhin. Und das war's. Geh weg. Oh. Eieieiei. Hast du wenigstens ein bisschen Mun für uns? Das war jetzt ja so halb hilfreich. Gut, wir brauchen gar kein Health. Was? Was ist denn da passiert? Oh, warum laggt es denn jetzt so? Ach, die Stelle ist ja irgendwie laggy, oder? Und jetzt geht's. Eben war irgendwie ein bisschen komisch. Naja. Jo. Tja, schade. Auto kaputt. Können wir leider nicht nehmen. Das wäre auch mal eine nette Abwechslung. Aber Half-Life 2. Da können wir natürlich ein bisschen rumfahren dann. In manchen Abschnitten. So viel weiß ich auch noch von Half-Life 2. Da war ich schon mal. Ich hab das ja auch tatsächlich irgendwann mal angefangen, das Spiel. Aber, naja, dann irgendwann, irgendwann nicht weiter durchgezogen. Aber das war eben außerhalb von einer Aufnahme. Das wäre dann natürlich besonders motivierend, es dann auch wirklich durchzuziehen. Naja. Bei Zeiten. So, äh, ja, Kollege ist leider wieder weg. Schade. Hätte so schön sein können. Ich höre euch doch. Ich höre euch doch. Ja, ihr kleinen Racker. Oh, noch mehr Racker. Hm. Das sind zwar alles kleine Racker, aber so einige. Jetzt hätte ich gerne eine Flair, ne? Hm. Liegen hier bestimmt irgendwo rum. Ich sehe sie nur nicht. Ach, ja. Ja, genau. Spring auf den da drauf. Ne? Paaren und so. Ist das dann ein Flotter 3? Ich weiß nicht. Ist hier hoch. Boah, funktioniert, oder? Ich mache einfach mal ein bisschen hier, ein bisschen sparen. Einfach mal ein bisschen Lohn sparen. Ist auch schön. Wobei. Ach, wir sind sogar, wir sind sehr gut ausgerüstet. Ja, dann machen wir das, was ich meinte. Wenn wir eh mehr haben, als wir tragen können, dann bitte sehr. Ja, dann lasse ich mich erstmal hauen. Ja, geil. Ja, schön. Ja, der lebt noch. Das möchte ich nicht. So ist es besser. Die Stüte sind sehr blau. Ich finde, ja. Ich hätte nicht gedacht, dass der so einen Sprung drauf hat. Boah, der hat wieder was abgezogen. Nein. Irgendwie finde ich die sehr blau. Sieht irgendwie so aus, als ob das hier alles irgendwie in so ultraviolettes Licht getunkt ist, finde ich. Und? Kann ich mir irgendwas holen? Kann ich mir so etwas holen? Irgendwas ist passiert. Ich weiß aber nicht, ob ich etwas gekriegt habe, ehrlich gesagt. Hier vielleicht. Na. Cola, äh, Cola-Bola. Alpine-Hue. Mhm. R-Rutter-Grape. Mo. Ist aber leider alles kaputt. Schade. Wir sind natürlich wieder mal zu fett, um da durchzugehen. So, wie sieht es hier aus? Waren wir hier schon mal? Oder müssen wir da weiter? Das war doch hier... War das im Original nicht irgendwie verbarrikadiert da unten? Mir war doch irgendwie so. Nee, hier kommen wir auf jeden Fall nicht durch. Aha. Okay. Das ist da hätte ich gern. Hamburger. Warum denke ich jetzt schon wieder ans Essen? Ich habe doch vorhin noch gesagt, ich bin so voll gefressen. Ja. Ach, hier kommen wir durch. Also. Ich höre was, aber... Ich komme nicht durch. Schade. Ich dachte, ich hätte jetzt einfach das Monster-Loot gefunden hier. Das Mega-Geheimnis überhaupt. Hat noch nie jemand entdeckt. Aber nee. Nee, leider nicht. Gut. So. Kleines Käffchen. Wen können wir damit beglücken? Schatten ist auch sehr schön. So. So gefällt mir das sehr gut. Hier nicht. Hier können wir uns vielleicht was holen, oder? Und? Nutzt es was? So. Wie kann ich das jetzt einnehmen? Ich möchte mich jetzt hier heilen damit. Kann mir jemand sagen, wie das funktioniert? Kann die werfen? Ach, hier. Ah, okay. Ah, okay. Ah. So. Ich muss hier einfach mal regulär was ziehen. Geht noch mehr. Ah. Offenbar sind wir sehr reich. Caffeine Extraction. Ah, sehr schön. Wir haben sehr viel Kleingeld dabei. Ja, guck mal. Da mache ich mich. Da mache ich mich voll. Warum eigentlich nicht? Cool. Gefällt mir. Bin ich so zufrieden mit, dass ich direkt mal speichere. Vor Freude. Ja, Hallöchen. Wie geht es denn so? Äh. Harter Tag, wa? Hm. Lebt er noch? Oh, nicht. Jupp. Hm, 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 hm. Ja, gut. Das hätten wir jetzt natürlich auch nehmen können, aber egal. Ach, guck mal hier. So viel zum Kühlhaus. Jupp. Hm, 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 hm. Jupp, 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 jupp. Na, mal gucken, ob das funktioniert. Bevor wir in die Kälte gehen, noch einen Schluck. Wollte gerade sagen, warmen Kaffee. Naja, geht so. Ist nicht mehr wirklich warm. Hilfe. Äh. Ja, kein Problem. Was machen wir? Wir leisten die Hilfe. So gut wir können. Ja, nice. Ich fürchte nein. Aber weißt du was? Halt dich einfach an uns. Wir versuchen dir zu helfen, wenn es denn irgendwie geht. Solange es irgendwie geht. Wir könnten hier natürlich auch eine Knarre in die Hand drücken. Das wäre auch nicht so schlecht. Was, 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 was? Von wo? Hey. Schweinerei. Direkt wieder. Ja, ist es denn? Die sind ja überall. Ah, ich muss gleich wieder an das Helft-Ding. Ja, komm ran. Mist. Ah. Das war ja so halbgeil. Ich mach hier mal eben eine Runde. Ja, genau deswegen. Sch, 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 sch. Ah, Mist. Ja, toll. Ich könnte theoretisch mit dem Revolver, ne? Oh, wow, wow, wow. Was ist denn da passiert? Oh, mein Gott. Moment. Na, das wäre ein bisschen übertrieben. Was ist denn da geschehen? Hä? Habe ich ihn getroffen? Ja, geil. Alter. Ist es denn die Möglichkeit? Er lebt ja immer noch. Ja, meine Fresse. Wie viel hält er denn aus? Ich halte auf jeden Fall nicht viel aus. Ja, meine Fresse. Hä? Nix. Mist, Mist, Mist. Da war ein bisschen Helft. Das ist nicht so schlecht. Aber ich hätte gern mehr. Moment. Ich muss mal, ja, wieder einen Ausgang finden. Hier. Ah, das tat weh. Das tat weh. Natürlich nicht 100%. Boah, das ist so typisch Half-Life wieder. Natürlich nicht 100%. Und, kommst du mit? Ne. Ne, ich glaub nicht. Ne, ich glaub nicht. So, jetzt müssen wir irgendwie da nach oben, oder? Glaube ich. Gab's hier nicht irgendwie... Wie war das denn? Gab's hier nicht irgendwo einen Schalter, um hier so einen Dingsbums zu aktivieren? Hier, was ist das denn? Crane Operating. Ach so. Hier fehlt aber was. Hier. Hier fehlt was. Kann das sein? Kann das sein? Äh, wir müssen hier irgendwie nach oben klettern, hier. Aber, erstmal der Crane. Können wir hier die Dinger benutzen? Weiß nicht, was dann passiert, ehrlich gesagt. Keine Ahnung. So, äh, hier nicht. Hier weiß ich nicht. Da, das sieht doch vielversprechend aus. Eigentlich. Muss trotzdem irgendwie den Kran aktivieren. Ich probier trotzdem mal kurz, ob ich hier... Ne, hier komm ich nicht hoch. Das ist nur so ein Übergang. Ach, hier ist das Ding. Sag doch was. Was? Wat, 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 wat? Hab ich da... Ja, ich hab was gehört. Ja, ich hab was gehört. Fisch. Na, ist. Gut. Sehr gut. Sehr gut. Nur 20 Hells verloren. Ah, alles in Ordnung. So, und jetzt kommt der Trick. Jetzt kommt der große Trick. Wie ist das denn? Aha, das geht dann immer hin und her, wenn ich loslasse. Okay. Jetzt ist die Frage, wo muss das Ding denn hin? Irgendwo da vorne, oder? Ja, da. Da, 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 da. Ja, fast. Ja, fast. So. Ja, ich glaub das ist okay. Ich glaub das ist nicht so verkehrt, oder? Gut. Ja, jetzt müssen wir trotzdem immer noch irgendwie da nach oben kommen. Äh. Hier nicht. Hier ist nur dieser Übergang. Vielleicht von hier. Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Üpsi. Und, üpsi. Nee, das passt nicht. Das langt nicht hier vielleicht. Ja. Das wird es sein. Das ist der Trick überhaupt. Und, üps. Yep. So, ich speichere hier mal. Gut. Gut, 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 gut. Ist ja alles ruhig. Wird doch hier bestimmt gleich irgendwas anspringen. Das ist irgendwelche Schächten. Könnte ich mir sehr gut vorstellen. Guck mal. Einen Moment nicht hin. Geil Problem. Warte. Wer hat gesagt, ich habe mich erschreckt? Nee. Nee, 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 nee. Ich nehme noch einen Schluck Kaffee, dann wird das bestimmt besser. Ah, dann hören die Zuckungen vielleicht auf. Bin mir nicht so sicher. Aha, hier ist unser Lift hier. Speichern weiter. Sag ich doch. Was habe ich gesagt? Na, komm ran. Aha, das Licht ist schon an. Äh, ja, 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 ja. Da ist er, da ist er. Oh. Den habe ich doch. Ja, ja, genau. Den habe ich von da unten gesehen. Und da sah es mir doch danach aus, als ob da irgendwas schimmern würde. Aber das noch gefunden. Finde ich immer sehr gut. Wenn ich sowas finde, da habe ich nicht die ganze Zeit das Gefühl, irgendwas verpasst zu haben. Das habe ich oft genug, das Gefühl, das Problem. Gut. Äh, was? Ach so. Ach so. Ich kann nicht gesehen. Au, 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 au. Äh, Mist. Äh, für die paar Pünktchen, da mache ich jetzt keinen Laden. Äh, ne, ich glaube nicht. Willst du mich verarschen? Das Feuer sieht sehr schön aus. Ich wollte gerade sagen, es ist kein, kein gutes Zeichen, dass diese Flaschen da brennen. Ähm. Muss ich da lang? Fragezeichen? Wahrscheinlich schon, oder? Wenn es da schon so eine Show geboten wird, dann, äh, wahrscheinlich ja. Das ist ja zertreten, oder was meinst du? Hm, 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 hm. Uah. Hä? Ist das normale? Ja, das ist, uah, das sind normale. Sieht eben so ein bisschen komisch aus. Die sehen generell komisch aus. Das kann man schon mal festhalten. Hm, 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 hm. Habe ich den eigentlich nachgeladen? Ja. Habe ich offenbar sogar. Ist aber nicht die Stelle, die wir schon kennen, oder? Ich glaube nicht. Bin ich ja an den Rand. Äh. Ne, nicht so wirklich. Oh, äh, Entschuldigung. Oh, äh, Entschuldigung. Ah, okay. Ah, okay. Naja, hat ja irgendwie funktioniert. Ja, ich kann klettern. Ihr probiert das erstmal nachmachen. Gut. Tja, der hat's hinter sich. Sieht aus wie ein Sarg hier, finde ich. So ein bisschen. Ähm, ja. Ja. Gut. Äh, kommt ihr mit, oder? Wie, wie sieht's aus? Ach so. Habe ich den jetzt? Ja, ich hab mir jetzt aktiviert. Okay. So, hier ist wieder so eine Situation. Da ist aber kein Baller, Baller. Ding. Das war ein, das war ein ganz schön gewaltiger Sprung. Wieder mal. Yep. Ich würde es fast so machen, oder ihn einfach ballern lassen. Genau das. Gut, wenn er jetzt so weit weg ist, dann kann man auch die Pistole nehmen. Hm, hm, hm. Siehste? Sag auch, ich soll die nicht rankommen lassen. Oh, 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 oh. Pass auf, Junge. Au. Au, das tat weh. Au, das tat weh. Na, machst du das? Danke. Und hier noch mehr. Und hier noch mehr. Hm, hm, hm. Ja, die haben auch irgendwie unendlich... Moon, ne? Äh, verfluchtes Vieh. Buh. Ich dachte, ich kann mich hier so schön verstecken, weißt du? Ja. So viel dazu. Das hier wenigstens ein bisschen hell für irgendwas. Das hier wenigstens. Ach, so ein Mist. Ah, hier sind wir. Verstehe, verstehe. Könnte man jetzt hier theoretisch runterjumpen? Wahrscheinlich, ne? Mach ich jetzt mal nicht, aber, ja. Ja, ja, ich bleib hier auf jeden Fall. Hm. Hi. Ja, nee, nicht so nah dran, Mann. Idiot. Ja, sollst du ja auch nicht. Hä, so ein Mist. Ähm, ja. Ich brauch trotzdem... Health. Ich brauch echt dringend Health. Ich will gar nicht speichern, ehrlich gesagt. Hm, Mist. Waaah. Ich mach's, glaub ich, trotzdem, oder? Hm, tja. Nutzt ja jetzt nicht viel, wa? Hm, ich... Bin mir grad unsicher. Ich mach mal eben... Ich mach mal eben ein... Ich mach mal einen regulären Save. Warum eigentlich nicht? Können wir zur Not noch zum letzten Punkt zurückspringen? Vielleicht, eventuell. Üpsi. Okay, das hat funktioniert. Yep. Hm. Doktor? Echt jetzt? Klappt das? Kann man ihn fragen. Wahrscheinlich nicht, oder? Aber es täte mich jetzt mal interessieren. Es täte mich jetzt eigentlich mal interessieren. Das ist das, äh, Safe Game von eben, ne? Dumm, di dumm, di dumm. Man kann's ja mal versuchen. I'll watch your back. Nee, er kann nur auf unseren Hintern aufpassen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was das bedeutet. Aber... Ich glaube, es ist nicht hilfreich. In dieser Situation. Gut. Dann eben so weiter. Hi. Hallöchen, Kollege. Ja. Das sieht nicht gut aus. Und... Nein. Sowas würde ich ja niemals machen. Na? Und? Nicht. Okay. Ich glaube, das bleibt so. Na gut. Von mir aus. Dann... Lassen wir ihn einfach mal hängen. Na, Kollege? Du machst das schon. Kein Problem. Okay. War das nicht so im Original, dass er runtergeplumpst ist? Hm. Bin mir nicht sicher. Vielleicht wird einem hier die Wahl gelassen. Naja, aber wirklich retten können wir ihn ja auch nicht. Hm. Ich könnte ihn höchstens erlösen. Ach. Es hat sich gerade erledigt. Es hat sich gerade... Ja, erledigt. Ha ha ha. Ja. Shirt of Doom oder so. Ja, gut. Dann machen wir hier von mir aus eine Speicherung. Und... Upsi. Alter. Hat funktioniert. Huch. Hä? Bin ich gerade mit E von der Leiter? Ach, ich bin mit E von der Leiter? Ach, das geht? Was? Ist das etwa eine Abstiegshilfe oder Absteighilfe? Ach, das ist ja praktisch. Das muss ich auch mal bei anderen Leitern probieren. Es sind doch immer pure Todesfallen, die Leitern hier. In so Spielen. Schon wieder 30 Minuten um. Das ist ja unfassbar. Muss gleich mal eine schöne, eine... schöne, eine passende Stelle suchen. Für einen kleinen Folgen-Cut. Ist hier noch irgendwas? Ach was. Ach was. Ach so. Und was ist hier? Machen wir mal speichern. Ist hier vielleicht ein bisschen... Health oder irgendwas? Hm. Ach so, hier können wir aufmachen. Interessant. Hä? Hä? Nix? Okay. Moment, ich bin gerade verwirrt. Also. Hier kamen wir her, oder? Hier kamen wir her. Hier sind wir hoch. Hier sind wir hochgeklettert. Ja. Hä? Sind wir... Waren wir hier schon? Ich bin mir gerade unsicher. Hier sind wir... Glaub ich gewesen, ne? Hm. Merkwürdig. Auf jeden Fall ist hier irgendwie nix. Irgendwie ist hier, glaube ich, nix. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher. Aber egal. So. Dann machen wir eben... Fahrstuhl-Action. Ja. Vielleicht kommt ja gleich ein... Kapitelsprung. Fragezeichen. Auf jeden Fall wäre der Ladescreen hier eigentlich ein guter... Yep. We've got hostiles. Sehr schön. Dann ist das ein optimaler Zeitpunkt, um... einen kleinen Folgencut zu machen. Gut. Ja, ja. Kein Shit. Das ist, äh, eine sehr gute Idee. Und, äh, immer, äh, immer viel Orts gucken. Ne? Das ist, das ist nämlich der Plan überhaupt. Also meiner auf jeden Fall. Gut. Dann bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. In der Aufnahme und im Stream machen wir gleich noch eine Folge. Vielen Dank. Und bis demnächst dann. Macht es gut. Und tschüss. Und bis zum nächsten Mal. Und bis zum nächsten Mal.